herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal heute bin ich nicht alleine ich habe heute wieder einen wundervollen gast ihr kennt ihn schon den oder schönen tag hola hallo jan bonjour so wir haben gerade bei olaf versucht ein video aufzunehmen also das ist jetzt schon der zweite versuch meines videos weil hier irgendwann das mikro umgeknickt ist und der ton im arsch war und ich habe im ersten video erzählt dass olaf ein video aufnehmen wollte und konnte sich nicht so also für seinen youtube-kanal so ein trailer damit die leute wissen was sie was erwartet und ich habe gesagt du musst dich da in dieses gefühl reinbringen und du konntest das nicht nein nein du kannst also nicht vorstellen wie der letzte urlaub war an den sand spüren die sonne auf der haut die sonne so das gefühl dieses ich meine ich glaube das haben viele auswanderer dass sie sagen ich erinnere mich daran wie schön das war so schön ja aber nicht so das gefühl dem moment okay und das war schon immer so bei dir oder weil ich habe nämlich überlegt ich kann mich sehr gut daran erinnern mit dem wie das ganze gewesen ist mit dem urlaub mit dem strand mit dem also gut erinnern kannst du dich auch aber ich kann auch dieses gefühl abrufen und das ist für mich auch so ein bisschen der motor weshalb ich sage ich mal diese auswanderung unbedingt machen möchte weil ich mich da sehr gut rein fühlen kann du kannst also dir nicht vorstellen da eine wohnung zu haben die eine waschmaschine zu kaufen ne im moment noch nicht das wird nachher alles dann wenn es denn da ist wird es denn alles passieren aber das ist ja keine kunst wenn alles schon da ist dann ist ja keine kunst dann genieße ich das dann kann ich dann und woher nimmst du deine motivation sage ich mal da so dass du sagst so ja wenn schön werden könnte so aber jetzt aber du weißt ja gar nicht worauf du hier hinarbeitest ja das ist ja das spannende daran ja ich meine ich weiß auch nicht wo ich hinkomme ich meine mal so du 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 kannst ja gar nicht also dich da so rein fühlen so so wenn du so abends im restaurant sitzt und noch mal keinen wein spürst vorstellen könnte ich schon aber nicht fühlen jetzt also ist jetzt nur rein so vorstellen ja toll ja schön und dann du wolltest du mal nach florida auswandern wie war denn das da genau so warst du denn schon mal in florida ja ok und da konntest du dir das auch nicht vorstellen war dann irgendwann aus dem urlaub raus war dann weg gewesen aber dann urlaubsgefühl war weg ja und dann ja dann war das nur rein noch der auswanderungswunsch rein nur noch theorie ich muss ja gestehen also ich bin jetzt auch nicht jeden tag dass ich denke so frankreich manchmal erwischt entschuldigung auch der alltag aber doch gerade wenn ich so so alte urlaubsvideos von uns sehe oder irgendwie einen anderen am strand sehe dann kann ich förmlich den sand die sonne das kann ich richtig dieses gefühl abrufen hast du denn das jetzt mit deinem clip da hingekriegt ja habe ich hinbekommen super wie stellst du dir denn generell das leben sage ich mal in in frankreich vor also wir machen jetzt dieses video dass wir uns so die der gedanke dahinter ist wir überlegen wie das jetzt sein könnte und wenn wir später da sind machen wir ein video wie es tatsächlich ist also ich kann ich jetzt noch nicht zum beispiel so was wie alltag könntest du dir vorstellen dass strand sonne irgendwie alltag ist croissants essen das das ist auch etwas wo ich denke so da werde ich mich hoffentlich nie dran gewöhnen was ich aber vorhin aber heute schon zu dir gesagt habe so wird schon irgendwie komisch sein man hat alle ich sag mal aus dem lkw die umzugskartons rausgepackt und kann dann an strand gehen und dann wo man dann am strand sitzt und dann sagt so das kann man jetzt tagtäglich haben ja das gut das ist tatsächlich was mir auch schwer so und dann sind zwei wochen rum dann sind drei wochen rum sind vier wochen rum und dann ist man immer noch an dem gleichen ort und sagt dann so auch dass man das tagtäglich erleben kann stimmt also die ersten zwei wochen denke ich über drei wochen wird noch so ein urlaubsfeeling sein ich denke länger und dann so ab der vierten fünften sechsten so wenn das dann immer mehr geht immer weiter immer weiter wird es dann wo man sagt so das hört sich auf wenn ich auch noch hier ja also vielleicht kann das ja jemand falls das von euch jemand sieht der schon in frankreich ist bei unseren kommentare schreiben wie ihr das so empfunden habt wenn ihr schon lebt wann dieses gibt ob das gefühl irgendwann aufgehört hat ja oder ob man da immer irgendwie drin steckt und jeden morgen raus geht und denkst du ich bin ja in frankreich ja es gibt mir teilweise im urlaub auch so dass ich ich wusste zwar ich bin in frankreich aber wenn du raus gehst und du hast das erste ist bonjour dann merkst du irgendwie doch nicht so irgendwie ich weiß gar nicht wie das anders sagen soll also ist es irre wenn dieses gefühl du musst immer noch denken ach mensch weiß ich nicht guten morgen oder wenn du zum bäcker gehst so guten morgen und dann ich bin ja eigentlich in frankreich genau ja dieses gefühl quatsch die auswanderung wird ja noch ein bisschen dauern das heißt man wird dieses gefühl auch öfters abrufen müssen ja das ist ja für dich denn echt schlecht wenn du das gar nicht so kannst also ich kann das ja und aber für dich stört das auch gar nicht nö nein okay ich bin jetzt nicht da dass ich jetzt da nö nö alles gut ich finde schön so videos da oder unsere gemeinsamen videos oder mein videos und deine videos zu sehen und dann so ach guck mal wie schön das war und dann wieder andere videos auch gucken das ist auch schön also das ist dann aber so das gefühl dann damit rein ich überlege mal gucken ist der ton noch ja so was wie weihnachten zum beispiel wird bestimmt auch komisch sein wenn das nicht ich weiß ja nicht wie kalt es da wird aber wenn es nur 7 grad sind würde wie google das so rausschmeißt gut haben wir jetzt hier auch aber ich glaube drüben sind oder da unten sind 7 grad was anderes als hier so und wenn man so videos guckt so aus montpellier die laufen da jetzt nicht unbedingt so rum dass man denken könnte so diffrieren also das ist etwas was ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen kann aber auch nur weil ich es noch nie erlebt habe und was man sich auch dran gewinnen muss dass in das weihnachten ich sag mal in dem bereich so süden und westen nur ein weihnachtsfeiertag ist und nicht wie bei uns zwei stimmt ja denn zwei sind nur in der grenzregion ja elsa slothringen und der rest frankreichs die haben nur ein okay ich hoffe dass ich bis dato so so erfolgreich in meiner selbstständigkeit bin dass ich mich das jetzt so gar nicht berührt und vielleicht ist es bei dir ja auch so ja dann merkt man nichts könnte man ja rein theoretisch zu hause immer noch den zweiten weihnachtsfeiertag genau obwohl man den auch nicht wirklich nutzt sei denn man hat familie dann ja aber man schmeißt sich ja die geschenke sowieso am 24 in den kopf der zweite ist ja ja dann kann man wieder in die geschäfte und ein bisschen was anderes machen ja 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 das war jetzt mal so eine spontane zweitversuch dieses videos so ganz spontan war nicht ja ist der ton doch sehr gut ja hast du hast deinen dein youtube-kanal umgestellt habe ich gesehen herr endersen in frankreich okay da heißt aber nur herr endersen richtig herr endersen gut nicht mehr und nicht weniger und der ist jetzt nur noch rein frankreich ja mal schauen ja gucken so okay ja wie näher mal gucken ist nicht ist er nun frankreich oder ist er nicht die leute müssen das vorher wissen weil sie sonst nicht abonnieren ja hier ist nur frankreich da ist nur frankreich genau so frankreich überall ist doch nur eine klare aussage da ist frankreich da ist frankreich hier ist frankreich genau und wenn ihr irgendwelche tipps und ratschläge und überhaupt habt dann dürft ihr gerne mal in seinem oder meinem kanal kommentieren kommentieren abonnieren abonnieren und die glocke drücken und überhaupt ganz wild winken wäre auch schön und mich ja vielleicht ist ja jemand in der nähe von montpellier gezogen lag grau le grau la grau ich lerne es irgendwie le grau du roch le grau du roch oder in la rochelle oder montpellier ja wir wollen ja eigentlich in den süden ja man muss ja alles da alles mal ein bisschen unterschied da da oder da oben ne gut also die leute das sind ja verwirrt okay wir bleiben jetzt in montpellier wo wir hinziehen da gibt es jetzt keine diskussion mehr das einzige was es jetzt noch abbüllen könnte wäre arbeit genau dass du jetzt unverhofft oder ich einen job angeboten bekommen manager im eisladen oder so was dann wäre ich der falsche dafür soviel kann ich schon mal sagen und gibt ihnen den job gibt es dieses jahr für uns in urlaub nein das war es glaube ich so im wesentlichen ich glaube da haben wir über alles erst mal gesprochen wir müssen mal gucken wie wir hier das mit den videos machen also er bei sich ich bei mir einmal im monat vielleicht alle zwei monate muss man mal gucken ich denke nachher wenn wirklich was passiert dann wird das immer ein bisschen mehr werden jetzt sage ich mal vielleicht einmal im monat so schauen wir mal euch ja auch langsam an mich und oder an uns er wird ja auch öfters mal dabei sein gewöhnen mal sehen ja ich bin und das heißt also du machst jetzt nicht öfters mal hier mit verstehe ich habe ja mein engelkanal ja hast recht dann komme ich einfach bei dir ungefragt ins bild wird rausgeschnitten gut wenn wir uns jetzt mal verabschieden und ein bisschen was für die auswanderung tun genau wenn man das vorangeht dann danken wir euch fürs zuschauen abjanto abjanto und dann sehen wir uns irgendwann wieder bis dann euer jan bis dann euer olav tschüss tschüss